Geronimo! Was zum Fick? Was sind denn die Ziele? Dann sag was cooles und mach dabei dein Badass in das Gesicht. Ist das behindert? Ja. Dann schau zu wie er unsere Plakate ausspuckt. Ey Julian. Oh Gott, kann er nicht looten. Guck mal. Läuft bei dir. Dreh dich mal um. Ich hab keinen Sauerstoff mehr. Läuft bei mir. Oh fuck. Erstmal voll blöd sein, wa? Ja. Neh mal verrecken. Was denn? Dann kick dann das Schau. Ich hab das gar noch upgraden. Wir sind so blöd, Alter. Das ist richtig geil. Du findest dermaßen blöd. Ja ja, hundertprozentig. Oh jetzt gibt's ein Bildchen. Da steht bis jetzt whatever drauf. In den Kameras war kein Film. War nur ein Witz. Nicht ausflippen. Bestimmt wieder Moxie-Pornobilder. Deadlift, der Kerl den du killen solltest, hat gerade einen Stapel Motivationsposter bestellt. Ich hab halt Motivationsposter bestellt. Ah. Aus geht's. Begib dich zu seinem Schiff und häng sie überall auf. Hier, nimm die Poster und den Lieferschein. Du musst den Lieferschein unterschreiben lassen, bevor du die Poster aufhängst. Ja. Ja gut, weißt du, wenn du einen richtig langen Kampf hast? Da war der Lade. Da war der Lade. Hier brauchst du irgendwie schon auch manchmal 1000 U2 oder sowas. Finde jemand, der unterschreibt, alles klar. Können wir los, wo bist du? Schaffen wir. Ein bisschen oben lang. B-B-B-B-B-B-Batman! Meine Orientierungssinn war noch nie der beste. Ah, ist doch falsch. Ich bin schon am Loslaufen. Und du bist unten lang. Keine Ahnung, wo wir langlaufen. Ich geh mal da lang, wo ich denke, wo es lang geht. Oh oh. Lava! Fuck. Du schwebst weniger. Du kriegst nur einen extra Boost dazu. Ah, du kannst aber nicht lang schweben, ne? Ja. Ballert jetzt schon echt geil. Gut. Ich geh jetzt mal da lang. Da geht's nicht lang. Ja. Ach so. Diese komischen hellblauen Dinger, Julian. Entschuldigung. Füll deine Luft auf. Entschuldigung. Oh ja man, ich hab ne Schnellschuss-Sniper. Perfekt. Die Stromschaden macht. Ja man. Ja. Du rennst voll affig. Peng. Alter, hast du gesehen, wie der eine weggeflogen ist? Ja, ich hab schon gefunden. Ja. Wir rennen ganz fetschenaffig. Guck mal, diese komischen Dinger, siehst du das? Die füllen deine O2 wieder auf. Geile Bitch. Lauf mal in so ein Feuerdings rein. Schlimmer. Ich will dich nicht töten, wenn es nicht sein muss. Sag das denen, wie du auf der Helios geflogen hast. Bitte. Ganz wie du willst. Der Tift hier spricht Colonel Sarpedon. Du hast die Kammerjäger töten, die auf dein Schiff wollen. Verpiss dich, Sarped. Ich lass mir doch von keiner Tossi was befehlen, die mich eingebuchtet hat. Sie sagt, deine Sprohpads sind dämlich. Ich werde sie verrichten. Aha. Vielleicht voll klar. Kampfsystem so. Ich will ein bisschen mehr dashen. Bis jetzt ist es ziemlich easy. Geile Peitsche, Alter. Jetzt noch nicht. Ich habe bis jetzt gar kein Problem gehabt, irgendwie auf dem Mond zu kämpfen. Läuft. Duft-Dings oder sowas. Ich weiß nicht, da sehe ich jetzt keine Schwierigkeit drin, ne? Es ist ein guter Tag. Verlust. Regulat-Range. Da steht gerade irgendwas für legendären Waffen. Ja. Du kaufst von Nina, ja? Lebe wohl. Wir haben echt russische Händler. Nostrovie. Nostrovie. Okay. Die haben einfach den Shit. Können wir los, ne? Das ist einfach so. Ah, ich muss meine O2-Kids noch verkaufen. Dead Drop. Ein hervorragender Tag für den Kapitalismus. Ach, Markus, du geile alte Sau. Ich werde in die Luft aufsteigen und euch mit einem Arschbombi zackwätschen. Wir nicht. Weißt du was? Scheiß drauf. Was? Was? Wir rushen einfach. Bühler denkt doch nicht vom Rand. Wow, Alter. Nicht vom Rand springen. Ja. Das war eigentlich genug Sauerstoff. Das war eigentlich das Gegner. Mad-Kids droppen. Ja. Oh, man kann die Dinger zerschießen, die Luftblasen. Da sind doch viele Gegner. Man kann in die Luftdinger zerschießen. Luftblasen? Ich hab gerade gemerkt. Luftblasen. Was ist denn der Alte? Nur lernt dein Leben. Ja. Eingewöhnungsphase. Und ich glaube, ich werde morgen mal Claptop spielen. Ich würde mich nur mal so hier hinzufügen. Als, als Randkommentar. Ja, ja. Alles klar. Würde ich auch brauchen. Ja? Was ich morgen machen werde? Ne, morgen erstmal gar nichts. Äh, nicht viel. Oh, Schilde. Warte mal. Fuck. Ähm, wollen wir kurz stehen? Ja, die Zeit haben wir. Äh. So, Schilde. Was macht dein Schild? Der ist, äh... Ja, die sind alle scheiße. Ja, pack ich mal draus. Ich hab einen 93er mit 3,0. Das ist der Beste. Den kann ich dir geben. Der ist schlechter als meine. Dann geht's weiter, ne? Haja. Bisschen. Voll geil, die Challenges. Erinnert an eine Adventure-Map. Wuuuupaa! Gegeben, Alter. 400 Schaden, ey. Hab ich dir gegeben. Joa, bald. Nächstes Level. Lachst du. Ich nicht. Julian. Abgegeben. Ich bin grad Level 5 geworden. Was ist das hier? Eis? Lol. Oh, cool. Ach, da steht der. Also muss ich sagen, Pistole ballert mega, ey. Ich brauch Luft. Ach, das ist ein Gegner. Keine Ahnung. Ja, ich hab übelst ein Aim-Bot drauf. Das ballert so megamäßig. Echt? Ich hab genügend Luft, ey. Ich bin jetzt voll mit Luft. Ach, das gibt dir nicht beiden? Nur mir? Ja. Ja. Ja, gut. Dann sammle du einen. Ich hab 150. Oder 140 jetzt. Ja. Äh. Wir haben verplant, die Sachen anzunehmen. Oh, falsche Richtung. Geld bleibt stehen. Da oben war ich schon. Äh. Julian. Guck mal, wo die Quest ist. Oh. Kleiner Leck bei mir gerade. What? Lecky, lecky, lecky. Standbild. Standbild. Jetzt geht's wieder. Oh, wo muss ich... Wo wurde ich hin? Ah, da ist einer. Oh. Ich hab keinen Teil der Aufnahme. Boah, Alter. Ich hab wieder lecky, lecky, lecky Standbild. Musst du mir deinen Teil von der Aufnahme schicken. What? Warum nicht? Er hat das Paket? Cool. Ja, dann start mal geil die Aufnahme jetzt erstmal. Was? Ausgezeichnet. Jetzt musst du nur noch die Poster über das ganze Schiff verteilen. Deadlips Männer werden zwar pausenlos versuchen, dich umzulegen, aber sollen sie ruhig. Hier hochgejumpt einfach. Noch cooler wird's aussehen, wenn ich meinen Fuß auf einem toten Banditel hätte. Oder einem toten Kätzchen. Aber wie bist du denn da drauf gekommen? Ich, äh, oh ja, ich bin fast dauernd totes Kätzchen. Hier ist Luft, Julian. Boah, dieses Aimbot-Scheiß, das ballert so megamäßig. Das macht einfach so Spaß. Voll unentspannt. Komm her, ich peitsch dich. Ja, fast. Hier ist ein Medikin. Was willst du denn? Ich mach das schon easy. Kein Thema, hey. Noch den gleichen Unsterblichkeits-Skill wie vorher, weil ich einmal nicht verrecken kann. Hast du Laserwaffen? Boah, Laserwaffen ballern so megamäßig schon. Ja, ich hab ne Entweder-Elektrizität oder Laserwaffen? Ich hab das noch. Haben wir grad Zeit, ne? Macht. Äh, Blitzschaden, ja gut. Ja, ne? Pam, Crit-Header. Das sieht wirklich furchterregend aus. Warte mal, wir sollten ein Poster aufhängen. Nicht sterben jetzt! Hä? Gut. Lol. Ah, ficken! Ah! Aua. Oh, fuck. Hey, wie kommt man denn da hoch? Na, mach du einfach mal. Ja, ja, klar, aber... Welches ist das da drüben? Hast du das geschafft, das eine? Da muss man weiter... Warte, ich hatte's fast. Und ist hier so ein Eingang oder sowas? Bin da. Hä? Wo soll man da hinkommen, ey? Ja? Okay. Ficken. Aua, 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 Aua. Alter, ich bin vereist. Katzen mag jeder. Wie auch immer. Komm zurück. Da können wir alle... Alle Waffen nachladen. Katzen kann echt fast jeder leiden. Oder Einhörner. Die sind so durch. Aber sie haben recht. Oder Einhörner. Nur frage mich, wie so Einhörner. Wie viele Ausgifts hab ich bitte? Badass Token. Waffenschaden. So. Und Skillen. Tun wir auch noch kurz. Wie viele fucking Ausgifts hab ich jetzt mittlerweile? Was? Wie...